Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin Patvokumal, Scholder Gaming und begrüße euch zum zweiten Kampf im UDT. Letzte Woche gegen Yamaria haben wir einen 3 zu 0 einholen können und diese Woche gucken wir mal, dass es genauso gut wird. Dabei haben wir, wie im gestrigen Teambuilding, was einfach zur leichten Zeit hätte kommen sollen, schon aufgelistet. Ein Expertengut, Landeristee, ein Überreste Pantheon, ein Psycho-Z-Ramod, ein... was war denn? Äh... Ljapapabary, ähm, Pferd, ein gescaftes Totok und einen offensivfesten Zebritz. Er hat dabei Kapuriki, ähm, den Seestern, der absolut ekelhaft ist, ähm, Sneebel, Tentante, Megaglurak-X und Skullgro. Jo, ähm, Skullgro ist übrigens einer unserer Liga-Leiter und ich bin mir gespannt, wie das Ganze läuft und ich hoffe, ihr seid's auch. Wir legen mal los. Pokémon Trainer Skullgro, fort, ich heraus. Und da schickt Koko Liga in den Kampf, überragender Name übrigens. Ich finde ihn sehr gut. Ähm, wir schicken den Lion Serials in den Kampf, auch überragender Name. Ja, ähm, elektrische Energie viel zwischen Boden und da kommt der Bedroher von mir. Ähm, ich gehe direkt raus in meinen Zebra. Und Leute, könnt ihr bitte diesen Leakname aficiaten, der ist wunderbar. Ähm, und ich hoffe, er gefällt euch. Mein Leakname, ich hoffe allgemein, dass meine Leaknames euch gefallen und euch einen Lachen aufs Gesicht zaubern. Vielleicht irgendwie. Ähm, Kapuriki geht, das klappt, wenn er einen geht raus und das war jetzt nicht so viel Damage eigentlich. Ähm, ja. Ich gehe raus, nachdem er mit Glurak-X reingeht und gehe meinen Pferd beben. Ähm, die Sache ist, das sind mir Glurak-X. Das sind halt Krallenbucht. Und da kann jetzt ein Step Flammenblitz kommen. Da kommt auch der Step Flammenblitz. Der macht verdammt viel Schar. Und burnt vor allem auch noch. Das ist echt nicht cool, weil wir dadurch jetzt, äh, Glurak nicht direkt mit einem Erdbeben finishen könnten. Sondern, um jetzt halt weniger Schaden drücken. Also halb so viel, wie wir davor gemacht hätten. Und wir sind jetzt auch, äh, in der Range, die dann vielleicht jetzt killen würde. Wenn wir wieder, wenn wir jetzt rausgehen. Er geht in Skogrow. Ähm, na, ich gehe auf meine Tarnsteine, weil ich die unbedingt haben wollte. War ein bisschen risky, wenn er jetzt geboostet hätte, hätte ich, äh, fast nichts mehr gehabt, was ich da wirklich hätte, wie ich hätte spielen können. Deutsch. Ähm, ja. Seinen Toxicop triggert. Und ich gehe in meinen Totog. Er weiß noch nicht, dass das Ding gescaved ist. Ähm, ja, ne. Und er geht auf den Schwertanz. Das wäre auch echt böse geworden. Oder das könnte auch echt böse werden. Aber wir sind schneller und haben den Eistrahl. Und er geht auch nicht raus. Und dann droppt Skogrow direkt. Und seine Toxicop triggert. Und seine Toxicop triggert. Er geht in sein Agro Stella. Weil er hier wahrscheinlich, weil der Speedinvestment hat, schon gemerkt hat, dass mein Totog gescaved ist. und ich gehe raus in Sebritz um eben dieses Agro-Seller abzufangen da können jetzt auch Hesards kommen wie jetzt eben hier die Gift schwitzen, aber es hat mir lieber als jetzt irgendwie nix machen zu können quasi machtlos zu sein gegen einen Tox-Apex weil das ist kein gutes Gefühl kein schönes Gefühl er geht in seinen Capuriki ich bin einfach mal auf den Donner-Bitz gegangen bei Agro-Seller halt jetzt haben wir im Elektro-Feld den Donner-Bitz und der macht echt guten Schaden in Folge dessen gehe ich jetzt glaube ich auf den Vault-Wechsel, weil jetzt da sein oh ich glaube ich bin noch mal auf den Donner-Bitz gegangen weil sein Skull-Gox hat down ich kann jetzt einfach weiter spammen und er geht in seinen Eden Hazard, auch überragender Name ja in Folge dessen gehe ich auf den extra vorbereiteten Hitzekoller aber hat die Anti-Feuerbeere Silvis stampft zwar mega cool auf, aber es macht halt nix ja er legt die Rocks das liegen die halt auch noch bei mir und jetzt folgt ein kleiner Denkfehler ich hätte hier mit Hitzekoller des ähm des Pharaoh killen können jedoch hab ich da nicht dran gedacht hab irgendwie gesagt, ja die Obergie gerade bei der Schaden den es normal gemacht hat also ohne die Beere hab die Beere irgendwie ausgelendet hier raus ein paar Zehron und der explodiert es ist zwar nicht sehr effektiv und wir sind auch Full-Fist aber es ist auch nur ein Pharaoh Thorn vom physischen Attack äh vom Attackwert her aber es ist halt trotzdem unnötiger Schaden den ich hätte vermeiden können, wenn ich einfach auf Hitzekoller gegangen wäre und vor allem der Krittet auch noch war nicht so gut für meinen Panzerro an und jetzt geht er in seinen Glurak jetzt war das Problem ähm wenn er sich jetzt boostet und ich rausgehe hab ich ein Riesenproblem heißt ich bin dringend geblieben und hab hier glaube den Iron Head gedrückt um wie ich es ein bisschen Schaden zu machen oder irgendwie taunt oder so damit er sich nicht weiter boosten oder boosten kann hab ich ganz im Kopf aber auf jeden Fall droppt jetzt Panzerrohron irgendwann hat er sich nicht geboostert so ähm ich gehe in meinen Tortock hab darauf gehofft, dass er vielleicht doch nicht gemacht hat als er es geschafft ist aber vorhin in Agro Stella gegangen ist weil es halt Agro Stella und gehe einfach mal aufs Erdbeben und der bleibt drin und ich kille seinen Glurak mit Tortock Leute spielte Scarf Tortock es ist gut er hat einfach schon 2 Kills geholt man ja die T-Spikes die sind natürlich auch getriggert weil ich meinen Sam auch nicht dabei habe dass ich da nämlich die Dinge einfach negaten hätte können ähm jo Haboriki kommt rein jetzt war natürlich die Überlegung gehe ich weiter auf den Erdbeben oder nicht Problem ist wenn er Fullspeed gewesen er wäre ja schneller gewesen und ähm das da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf gehe also raus in den Pferdbeben den ich hier jetzt ähm eigentlich abwerfen wollte weil Glurak ist down und äh Pampros so ziemlich einziger Zweck war überhaupt äh um was gegen Glurak zu machen oder dass ich eigentlich mal was habe was ich in den Glurak reinwerfen kann aber durch die Kertewende hier der wird meine Papa Barry und dadurch bin ich jetzt wieder recht gut voll mit meinem Pferd er geht in sein AgroStella rein und okay gehst du aber mal aufs Erdbeben du kannst mal gucken was er so äh wie das Ding so ausgelegt ist hast du da noch nicht großartig attackt auf den Eistrahl und er macht nicht so viel tatsächlich äh waren es jetzt glaube ich 60 KP wenn ich mich nicht beim Ablesen äh verrechnet hab und ich droppe äh mache ich ein bisschen Damage so jetzt kriege ich hier nochmal extra Schaden von der Verbrennung und er geht nochmal auf den Eistrahl er ist schneller das war jetzt mal mein Gedanke du gehst auf die Notsituation weil nach ähm muss er sich quasi entweder hochheilen oder dich killen wenn er sich heilt riskiert er sich hier in äh Lando oder so rausgehe oder in Zebritz bei Lando weiß ich auch immer nicht ob er völlig gesklaft ist weil man darf ja ähm ein Item doppelt spielen oder man darf ein Item doppelt spielen halt nicht dreifach aber doppelt ähm er weiß ja nicht ob ich gesklaft bin ich ziehe jetzt hier meinen Roszillator weil ist einfach das Safeste um hier Akkus da rauszunehmen gehen wir also auf den Donnerblitz und jetzt hat er noch Sneeble und Kapuriki weil es sollte klar sein das ist das Ding gerecht wenn er rausgegangen wäre zum Beispiel Riki wäre Riki gedroppt und auch Sneeble hätte unfassbar viel Schaden gefressen von Zebritz einfach weil es Elektrofeld draußen ist ja angesprochen das Elektrofeld ist weg er geht in Sneeble ähm ja jetzt war eben die Sache ähm er ist tatsächlich schneller folglich er ist gesklaft die Sache war ähm ich hab hier irgendwie ich hab da kurz weggeschaut und hab nicht gesehen dass es Abschlag war hat infolgedessen das Ding ist auf Eissplitter gegangen oder ne ich hab ich hab gedacht das Ding wäre gebandit auf einen Abschlag jetzt ich bin deswegen Motto weil ich ihn tanken kann aber ja und okay jetzt hab ich gewonnen er geht raus in sein Riki ähm weil und ich bin auf den Quiver Dance gegangen dadurch hätte ich jetzt theoretisch gewonnen weil Ramat jetzt äh äh auf den Flattenwurf gegangen hätte ich das wahrscheinlich äh äh hätte ich wahrscheinlich auch nicht direkt gewonnen weil Sneeble ja auch noch schneller ist durch den Scarf und Abschlag dann auch killt durch das äh dadurch das dann nochmal Toxic Damage draufgegangen also diese Poison Damage ich geh jetzt den Lion Serialz weil der hier den Schuss auch echt gut abfangen sollte mit seinem guten physischen Bulk und eben nach dem Bedroher und das ist halt trotzdem nochmal echt guter Schaden jetzt ähm kann er hier ins Sneeble gehen und bevor ich jetzt hier irgendwelche großen Mistballs mach bleib ich jetzt drin ich weiß ja er ist schneller Problem ist wäre er jetzt auf einen Abschlag gegangen der hätte Landlord theoretisch gekillt aber Totok eben äh auch richtig viel Schaden gemacht aber ich habe auch extra kalt um safe zu gehen mit der Ice Heap und der Surfer killt zu 100% folglich Sneeble droppt und wir haben unseren zweiten Win und Totok hat drei Kills in diesem Match gemacht Leute spielt Scarf Totok spielt Scarf Totok der ist es ähm ja ich bin allgemein mit meiner Leistung in dem Kampf recht zufrieden durch ich war ein bisschen durch die beiden Scarfs weil Sneeble und Riki sind die zwei Moments die Scarf Mates nicht unbedingt ja ok Totok auch nicht unbedingt ähm ja ich bin auch damit zufrieden was äh Zebrits gemacht hat auch wenn es nicht so gut richtig abgefangen hat weil der nicht einmal Elektromove gedrückt hat ähm aber es hat immerhin den Kill geholt und das als Tier 5 Pick und der ist eh äh und Zebrits ist halt schon echt cool aber ich würde sagen das war es jetzt mit dem äh zweiten Spieltag im UDT ja und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Video ob es jetzt ein Teambuilding ist oder ob ich vielleicht irgendwann mal wieder schaffe Renegade Pattern mal aufzunehmen tschau